Mehr Lebensqualität erfährt Anna Freitag. Sie leidet, wie sieben Millionen andere Betroffene in Deutschland, unter Knochenschwund, auch Osteoporose genannt. Osteoporose zählt zu den zehn häufigsten Volkskrankheiten. Die Knochen von Anna Freitag wurden porös, brachen im Bereich der Wirbelsäule, die sich zu einem Rundrücken verformte. Der Schmerz beim Wirbelbruch wird von den Patienten teilweise als schlimmst vorstellbarer Schmerz beschrieben, und zwar sowohl im Hinblick auf die Schmerzstärke, aber auch auf die Schmerzdauer, ist dann wochenlang so ein Schmerz anhalten. Insofern muss man wirklich festhalten, diese 220.000 Wirbelbrüche, die jährlich in Deutschland stattfinden, erzeugen ein unvorstellbares Ausmaß an Schmerzen und Belastungen für die Betroffenen. Genau hier setzt Medi mit der Entwicklung der Spinomed-Rückenorthesen an. Spinomed-Rückenorthesen sind die einzigen Rückenorthesen, deren Wirkung wissenschaftlich bestätigt und international anerkannt ist. Es konnte sich zeigen, dass eine Behandlung mit der Spinomed-Rückenorthese zu einem sehr schnellen und auch einem sehr deutlichen Anstieg der gesamten Rumpfmuskulatur führt. Damit verbunden ist auch eine deutliche Verbesserung der Haltung. Der Kyphosewinkel, also der sogenannte Witwinbuckel, nimmt ab. Es kommt zu einem gewissen Zuwachs an Körpergröße. Damit verbunden ist eine sehr viel bessere Haltung, eine bessere Statik, ein sinkendes Sturzrisiko und natürlich ist damit auch verbunden eine sehr viel bessere Lebensqualität. Und was wir auch feststellen konnten ist, dass das Tragen der Orthese auch die Schmerzen reduzieren kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017